Ihr wünscht. Einfach, ich werde tun, was ich kann. So, erstmal die beiden Sachen hier abgrasen. Hm. Fragt, wenn ihr es wollt. Kann ich es aufbrechen? Nein. Und wenn ich es nicht aufbrechen kann, da braucht Minsk es gleich erst versuchen. Ich bin gerne zu Diensten. Ah, nochmal eine Portion Schleuderkugeln für Airwie. Und ein Troll. Und ein Troll. Wie kann ich helfen? Noch ein Troll weniger. Werde ich gebraucht? Ich versuche immer mein Bestes. Okay. Klopfen habe ich ja leider auch nicht. Nö. Lasst mich bitte helfen. Ich werde es natürlich versuchen. Also in den Raum kommen wir auch nicht so einfach rein. In den auch nicht. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ich bin zu natürlich. Oh. Wieder ein Troll. Fragt mir. Keine Grund. Stich mich her Tür und nähere die Ehe. Ja, wieder Schaden bei Keldon. Einfach fragen und ich handele. Und wieder ein Troll weg. Keldon, du tauschst mal eine Weide mit Minsk. Weil Minsk ist nicht so angeschlagen wie du. Wie kann ich am nützlichsten sein? Das ist fast unter meiner Würde. Führt mich an. Jawohl. Die Pflicht, so sei es denn. Wie kann ich helfen? War es das schon? Ich hatte auf mir gehofft. Ja. Ja, ein Eistroll. Werde ich gebraucht? Ach, wer flixt? Der hat... Okay. Also. Lasst mich bitte. Ich werde tun, was ich kann. Hm. Ist das das Zimmer ihrer Tante? Nein, das sieht eher aus wie ein kleiner Innengarten. Keine große Herausforderung. Ich bin zu allem bereit. Ich bin gerne zu Diensten. Hier ist keine Falle. Ich warte. Nun gut. Hier ist... Einfach. Ich kann auch mehr tun, wenn ihr wollt. Auch gerade nichts. Also ja, Treppe ins Erdgeschoss. Treppe zum Dach. Ah. Hi. Na komm, hier. Kriegst du eine magische Kugel ab. Mist. Ja. Oh. Das ist ein Riesentroll. Okay. Den sollten wir etwas schwerere Geschütze auffahren. Der könnte uns nämlich sonst übel mitspielen. Den töten wir mal mit Magie, sicher ist sicher. Gibt aber auch nur 1400. Okay. Meine Lebenspunkte sagen... ...dass wir hier rasten. Schon wieder ein Traum? Ja, Tatsache. Das Leben ist schwer. Ja, wissen wir. ...wird nicht gekämpft. Es scheint logisch genug. Ihr lebt. Ihr habt Einfluss auf eure Welt. Aber ist es das, was ihr wollt? Ihr seid innerlich anders. Diese Frau lebt und hat auf eine gewisse Art sogar Kraft. Sie verlor ihre Eltern durch eine Seuche und ihren Mann im Krieg. Doch sie hat durchgehalten. Ihrer Farm geht es gut, sie wird respektiert und ihre Kinder sind wohlgenäht und sicher. Sie lebt so, wie sie es für richtig hielt. Sie lebt, also ist sie jetzt tot? Und jetzt ist sie tot. Ja, Tatsache. Ihr Land wird aufgeteilt werden. Ihre Kinder werden weggehen und sie wird man vergessen. Ja, das ist nun mal so. Sie hat ein gutes Leben geführt. Doch sie hatte keine Macht. Sie war ein Sklave des Todes. Ich frage mich, ob es euer Schicksal ist, vergessen zu werden. Wird euer Leben im Schatten anderer verblassen? Na, vielleicht werden sich einige an mich erinnern. Sie sind zum Mörder geboren. Einer der anderen das Leben hat. Ihr habt Nacht, wenn ihr sie zu gebrauchen wisst. Ich habe kein Interesse an dem Schrecken, die ihr mir anbietet. Nichts davon ist wahr. Diese Vorstellung ist interessant. Ich habe ein Anrecht auf die Macht, weil ich bin, was ich bin. Nein, ich will nichts davon. Ach, wirklich? Aber die Konsequenzen werden so real. Hm, das ist mir egal. Oh, da kommt wieder ihm rein. Eure Taten haben auf so viele andere Einfluss. Ihr werdet feststellen, dass euch keine Wahl bleibt. Ihr werdet tun, was ihr tun müsst. Und werden, was ihr werden müsst. Sonst müssen andere für eure Feigheit bezahlen. Ja, wahrscheinlich. Das ist leider ziemlich häufig so. Ihr werdet die Geschenke, die euch angeboten werden, annehmen. Nur wenn es sein muss. Gut. Acht Stunden geruht nur. Oh, das ist gut. Verursacht er einen Schadenspunkt bei ihm. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Also, bis jetzt scheint unsere Anwesenheit unbemerkt. Eure Wunsch ist mein Begehr. Wie kann ich am Nütz, wenn ich doch nur so viel für alle anderen Bedürftigen tun könnte? Ich versuch's ja so sehr. Ja, hier können wir nirgendwo rein, weil alles abgeschlossen ist. Okay, bis jetzt keine Fallen in den Gängen. Ach herrje. Ah, perfekt. Ist er gerade umgefallen. So, ist hier eine Falle? Ist jetzt die große Preisfrage. Bis jetzt scheinbar nicht da ist, aber auf jeden Fall eine Geheimtür. Identifizierungs-Zauber. Ring der Erdbeherrschung. Ring der Herrschaft über Erdelementare. Wenn man den Liedern der Baden Glauben schenkt, muss man nur einen dieser Ringe tragen und schon kann man jeden Erdelementar seinen Willen unterwerfen. Natürlich lassen sich die meisten Erdelementare mich zu leicht versklaven. Man sollte daher sehr vorsichtig sein. Scheiter der Versuch, die Kontrolle zu übernehmen, kann ein Wüterter der Erdelementar einen unerfahrenen Abenteuer innerhalb kürzester Zeit töten. Träger kann einmal täglich Stein zu Fleisch verwandeln. Der Träger kann einmal täglich ein Erdelementar bezahlen. Plus 2 auf den Rettungshof des Erdelementars beträgt 45 Sekunden. Ist jetzt nicht so super, aber Stein zu Fleisch, aber täglich ist praktisch. Und das ist tatsächlich nur ein Speer plus 1. Wenn ich mir den ansehe, sie hat jetzt gerade ein ETW von 13. ETW von 15, weil sie keine Speere beherrschen kann. Ja, macht Sinn. Illusion entdecken können wir auch nicht lernen. Gut. Da scheint sie in den nächsten Hauptraum zu gehen. Wir hätten übrigens auch noch hier reingehen können. Das ist wieder ein Eistroll. Nee. Ein Feuerfall, bitte. Und das ist kein Saal, das ist eine Bibliothek. Ein Johann-Thiem-Magier, der uns noch nicht böse gesehen sonnen ist. Was kann ich tun? Ich bin bereit. 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 So. Eindringlinge. Torgal wird über die Darbindung eures Leichnams hoher Vollzeit. Ich behare allerdings, dass ich mir die Hände schmutzig machen muss, um ihn zu bekommen. Geringe Zauber zurückwerfen. Okay, er hat Verwirrtheit oder was hat er? Chaos auf uns gewirkt. Ja, der Johann-Thiem-Magier, der ist furchtbar. Ja. Ah, mein Quicksafe war hier. Hm. Ich hätte vorher noch Quicksafen sollen. Hm. Keine große Herausforderung. Also hier war verschlossen. Okay. Fallen gab es ja keine. Den identifizieren und zu Jahira. Den identifizieren und zu Jahira. Ich war nun so. Genau, Troll. Ja. Was immer ihr wünscht. Ich tue dir weh, wenn es sein muss. Bei Tom, ich werde euch verlieben. So. Auf Feuer umschalten. Und ihn bitte töten. Gut. Werde ich gebraucht? Ich werde tun, was ich kann. Gut. Gut. Musik. Gut. Gut. Vielen Dank.